Ja gut, im Prinzip kann ich die Felder einmal komplett hier anmachen, wobei ich, ne sobald ich, sobald die bewässert werden, sind die auch wieder kaputt, oder wie war das? Oder war das so? Sind die dann auf einmal leer wieder? Aber ich meine, hier sind die dann nicht mehr bewachsbar. Klunsch, blub, 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 ja. Hallo Katze, oh der ist ganz traurig. Ich hau hier auch mal nicht ganz so viel rein, wobei ich hau hier doch nochmal ganz viel rein, zack. Ich hoffe, da sprengt uns keiner weg, wir müssen hier auf unbedingte Art noch etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Ich hau mich deswegen nochmal extra in die Falle hier. Einmal nochmal fixen Schnarch hinlegen. Ja, wir müssen, ja ich weiß nicht, wie weit will man das Ding beleuchten? Ein bisschen mehr darf das schon, ne, dass zumindest nicht komplett auf, äh, das ganze Feld voll gespawnt wird. Wobei ich da auch nicht so viele Fackeln ranstellen kann, dass das funktioniert, genau. Eine Sache möchte ich noch gemacht haben jetzt, und zwar einfach mal so ein bisschen Spielerei. So ganz, ganz schnell und so. Da brauche ich etwas Glowstone für. Und das hier für. Und dann brauche ich das nochmal so, und dann brauche ich das falsch. Wie ging die Lampe? Ähm. Wie ging die olle Lampe hier, die Redstone Lampe? Das ist, gut, wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen, oder? Das ist falsch. Nee, ich stehe, das, ähm, da stehe ich gerade mal auf dem Schlauch. Oder halt, äh, ich glaube, ich habe noch nie eine Redstone Lampe selbst gebastelt. Deswegen war das nur so eine grobe Vermutung, dass das so funktioniert, oder war halt so eine grobe Erinnerung vielmehr. Die anscheinend zu grob war, als dass sie funktionieren würde. Na ja, machen wir beim nächsten Mal. Und zwar wäre das dann, äh, für genau diesen Block gewesen, dann würde das, äh, die Lampe einfach leuchten, wenn das Minecraft denn vorhanden und voll ist. Das wäre nochmal so ein kleiner Gag gewesen, so ein kleines Gimmick. Aber vielleicht kriegen wir das das nächste Mal nochmal hin, da begehe ich eigentlich stark von aus. So fest glaube ich an uns. Es ist der Wahnsinn. So. Lala. Ich haue einfach mal die obere Riege hier voll. Ja, wie gesagt, Kisten müssen da oben noch jeweils, äh, hin. Denke ich mal, wäre ganz sinnvoll, dass man das jeweils neben das Schild macht. Ah, guck mal, ist genau das passiert, was ich nicht wollte, dass man hier einfach runterspringt, runterfällt. Obwohl wir es richtig gemacht haben. So, hier ist ja noch nichts, aber hier bin ich extra vorsichtig, weil da nun noch nichts ist. Man muss sagen, hier, äh, die Feldhacke, die geht aber gerade mal mächtig runter in ihre Haltbarkeit. Das ist enorm. Bin ich gar nicht gewohnt. Ich meine, die war doch, die war doch komplett voll fast oder halt fast komplett voll. So ein paar olle Felder hier jetzt, da einmal durchkärchern, das ist ja Quatsch, dass die dann, dann, dann sofort irgendwie im roten Bereich ist. Wer denkt sich sowas aus? Hm, so. Das ganze Zeug darf jetzt wachsen. Ja, vor allem die beiden hier, die beiden Felder, die bisschen spezielleren Felder. Da können wir uns hier einstellen, was wir denn gerne haben wollen, später. Ist schon super. Ich denke mal, das Ding ist tatsächlich bis auf den Eingang noch in die unteren Bereiche und vielleicht ein bisschen Licht so an den Seiten ist das Ding fertig. So nach Ewigkeiten. Tatsächlich. Und halt jetzt noch, kommen da eben noch vier Kisten hin. Zwei Truhen, zwei Truhen. Habe ich echt nur zwei Stück? Gut, wir haben hier noch so viele, die noch überhaupt nicht benutzt sind. Vielleicht kann ich auch einfach mal hier. Ich meine, in der Seite hier ist Erde. Die Erde kann ich auch da nach rechts hinschubsen. Mache ich vielleicht gerade mal eben. Brauche ich gerade mal ein bisschen Platz hier. So, alles rein. Dann mache ich das da. Ja, dann mache ich das da. Passt dann der Symmetrie halber ein bisschen besser. Weil auf der Seite ist ja auch nichts. Dass ich hier nochmal was anderes mache, was ich euch... Ach komm, jetzt ist die Aufnahme läuft sowieso schon so lang. Das ist auch egal. Da kann ich das auch noch eben machen. Und zwar brauche ich tatsächlich hier auch ein paar Trüchen für. Ich hoffe mal, das passt von der Größe her. So, das soll jetzt nicht frei bleiben. Das sieht sonst... Ja, das sieht auch okay aus, aber... Soll nicht so bleiben. Und zwar brauche ich noch einen... Ofen. Wenn es dann funktioniert. So, ein Ofen. Wahrscheinlich hatte ich da noch 100 Öfen. Grob geschätzt. Und zwar brauche ich... Äh... Truhen da auch. Und... Ich muss nochmal ein bisschen Eisen verschwenden hier. Ich will mal gerade fix einen Automatikofen hier ran klatschen. An die Wände. Und zwar damit wir uns... Damit wir halt grobe Mengen an Kleinkram theoretisch mal einschmelzen könnten. Das ist falsch. Warum ist das falsch? Das ist ein Eimer. Ey, was... Kann ich jetzt gar nichts mehr hier? Kessel? Nein. Die ganzen schönen Rezepte. Das ist hier Lore. Trichter. Ach, verdammt. Da brauche ich auch noch hier die Kisten für. Ich brauche... Ähm... Drei. Zack. Huch. Zack. Zack. Das schöne Eis. Wir müssen unbedingt demnächst wieder auf Tour gehen. Zum einen, um Eisen zu holen. Zum anderen möchte ich auch gerne, was ich ja schon mal angekündigt habe, auch gerne wieder ein paar Tiere hier haben. Ein paar kleine Schnuffelwuffels, die uns hier den Tag versüßen. Die auf uns aufpassen. Und, ähm... Wo wir die herkriegen, habe ich noch. Keine Ahnung. So. Das war falsch. Eine Sache hingesetzt und die ist falsch. Und ich bin ein wenig stolz auf mich. Da muss eine Kiste hin. Die ich jetzt gerade mal... Wo ist eine Kiste? Da ist die Kiste. Da ist die Kiste. Wunderbar. Da ist wunderbar. So. Und zwar... Da einmal so einer hin. Da einmal... Nein. Da einmal so einer hin. Ich brauche Erde zum Gerüsten, um da hochzukommen. Total richtig hier, was ich gemacht habe. So. Und zwar... Der kommt auch nochmal von der Seite da ran. Da kommt auch nochmal so eine Truhe drauf. Und hier kommt auch nochmal eine Truhe drauf. Das Blöde ist, man kann das von unten immer so schlecht nachfüllen. Wobei es geht. Und zwar ein kleiner automatischer Ofen. Tja, wunderbar. Hier unten kann man theoretisch noch eine Kiste ran machen, damit es entsprechend nicht so leer aussieht. Und zwar sieht es dann folgendermaßen aus. Ich werde die mal direkt etwas füttern mit... Ich habe nichts, was man da füttern kann. Außer Kartoffeln kann ich mir vielleicht noch gleich mal zwei Stück aus dem Gebäld schlagen. Aber ist... Ja, gehen wir hin. Ich brauche ein bisschen Kohle. Ach, jetzt haben wir hier noch das ganze Glas. Stimmt ja. Stimmt ja. Wir können auch Glas auch nochmal in Vorrat anlegen. Und zwar mache ich das folgendermaßen. Hier an die Seite kommt die ganze Kohle rein. Die zieht sich jetzt automatisch in den Ofen rein. Oben kommt das Bratgut rein. Und unten kommt das Bratgut raus. Tja, und wenn man alles richtig macht, dann ist es gut gebraten. Das Glas ist da drin. Die Hacke. Wir haben sogar noch ein paar von. Ich packe die mal alle. Steinhacke. Mein Gott, wir machten sowas. Da müssen wir aber noch jung gewesen sein hier. Das ist aber schon... Uiuiui. Das war ja noch... Es war noch vor dem Krieg, als wir das gemacht haben. Damals. Komm, ich mache drei Stück. Eine mehr, als ich brauche. Das heißt, die eine Leere kann hier rein. Dann haben wir zumindest immer eine da, falls wir eine brauchen. Man könnte da dann auch noch eine Endertruhe hinstellen. Halt als weiterer zentraler Ort, wo man halt irgendwie mal Sachen gebrauchen könnte. Dass man hier zum Beispiel direkt auch noch eine Werkbank hin macht, damit man sich direkt Brot hauen kann. Wobei, das kann man auch da hinten. Gut, das ist eigentlich noch viel besser. Ja, das geht. Kann man hier machen. Zack. Und zack. Und zack. Und boi. So, hier ist Weizen. Das heißt, da kommen die Samen rein, weil den Weizen brauchen wir ja nicht. Den Weizen holen wir uns da unten raus. Karotten. Habe ich gar nicht. Ich denke mal, das passt so. Kann man hier, hat man ein Schildchen, was denn hier gerade ist. Ist natürlich, wenn man das auch mit so einem Rahmen dann hier nochmal machen würde, wäre es noch ein bisschen schöner. Könnte ich sogar vielleicht machen. Aber nicht jetzt. Das sind halt dann so die ganzen Kleinigkeiten, bis es hier dann richtig ist und alles ordentlich ist. Und das ist noch lange nicht gewachsen. Ich möchte am liebsten die Maschine ausprobieren, aber die ist ja noch nicht, da ist ja, der Inhalt ist noch nicht so ganz der Ware. Der ist noch nicht erntereif. Das ist noch ein bisschen blöd. Und hier sieht man, dass er jetzt, boah, Schwerkraft, Weiche von mir. Hier sieht man jetzt leider, dass das so durchscheint. Vielleicht soll das doch noch einen runter hier. Ich glaube, ich mache das sogar. Warum habe ich das überhaupt auf der Höhe da? Das ist ja eigentlich ziemlicher Quatsch. Wahrscheinlich habe ich gleich aus Versehen, ja, es kann nicht sein, dass aus Versehen das Feld bewertet. Wenn es halt wird. So, ja, es ist halt, puh, 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 puh. So nicht, Freundchen, nicht mit mir. Jetzt kann ich hier hinten auch hoffentlich das austauschen. Ich hoffe mal, das klappt. Und hier ist nicht das Wasser direkt im nächsten Schritt. Ne, das darf hier nicht sein. Okay, das ist sicher. Dann reiße ich das hier einfach mal komplett raus. Da war Luft. So, das ist dann, ja, das ist gleich viel besser. Hier auch. Ja, komm, hier mache ich das so rum. Ja, das ist schon super hier. Da unten das Zeug, das kommt dann auch noch da hin. Also, ne, das hier die ganzen, das ganze Erdgezeugse. Ja, ich weiß noch nicht. Ich meine, Cobble ist eigentlich schon okay, wenn das so aussieht. Hier ist auch noch Erde. Warum ist da Erde? Ach, das ist oben der Ring aus Erde. Kennt man ja das Lied. Ein Klassiker in der Country-Szene. Vielleicht auch nicht so ganz, aber es hätte ein Klassiker sein können. Hätte jemand zugehört. So. Ich würde sagen, ich haue hier nochmal eben Licht rein. Ich mache hier jetzt so viel, so elendig viel Kleinkram gerade. Das ist echt schlimm. Ich wollte echt schon vor einer Dreiviertelstunde aufgehört haben hier. Mit der Aufnahme, nicht mit der Welt hier. Das ist noch was anderes. Ich beleuchte es einfach mal so, das ist, denke ich, mal ganz okay. Habe hier so als, ja, als Signale in der Ferne halt, ne, hier die Sachen. Damit man halt, wie bei irgendwelchen Transportern, irgendwelchen Transportgeräten und Flugzeugen und überhaupt alles, was irgendwie sich im öffentlichen Verkehr bewegt, wo halt an den außengelegensten Stellen nochmal Signallichter sein müssen. So ist das jetzt auch ungefähr. Nur, dass das Ding halt nicht auf der Straße irgendwo langfährt. Hoffentlich. Da schießt jemand auf mich. Das ist unfreundlich. Ich bin nicht da. Aha, reingelegt. Ah. Palim. Es ist auch viel zu dunkel hier unten. Jetzt nicht mehr. So, ich hau ab. Ich denke mal, das reicht so tatsächlich. Ich glaube nicht, dass ich da noch irgendwas zu machen habe. Außer hier noch ein bisschen Beleuchtung. Ja. Ich war mir gerade nicht sicher, wie das denn auszusehen hat. Ist das einfach nur dazwischenstellen? Ist auch irgendwie schäbig. Dahinter ist auch irgendwie seltsam. Soll ja nur irgendwie illuminiert sein hier. Oder dahinter? Ja, okay. Lass ich einfach mal so. Es gibt Schlimmeres. So, zack. Sieht man das hier wenigstens auch mal ein bisschen. So, und das heißt, das soll jetzt auch das gewesen sein für den Augenblick hier von Minecraft. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich entrümpel mich nochmal ein wenig. Aber nicht hier. Sondern hier vielleicht das Weizen. Der Weizen darf da rein. Und das Eisen, der Eisen darf da auch. Jetzt habe ich das Werkzeug extra mitgenommen. Ich hätte das Werkzeug da oben reinhauen sollen. Aber ist egal. Das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Wir sind ja nicht das letzte Mal hier. Hoffentlich. Die Teile kommen hier auch rein. Achso, die habe ich von den Dingens hier. Von den Truhen. Die Fackeln kommen nach unten. Ich habe zwei Bögen dabei. Ich brauche nur einen. Das ist ja Quatsch. Ich habe sowieso so viele Bögen jetzt hier. Aber warum nicht? So. Und nochmal eben hier die Pnochen in die Truhe rein. Die nicht diese ist, natürlich. Aber hier wollte ich das gemacht haben. Stein. Der reine Stein. Die Erde. Die Erde. Die Erde. Die Erde. Aber wir haben ja keinen Koppel mehr. Wir haben echt keinen Koppel mehr. Das ist unfassbar. Jetzt habe ich das Eis immer noch nicht weggelegt. Ich mache das einfach. Ich haue das hier rein. Wunderbar. Wunderbar ist das. Jetzt mache ich auch Feierabend hier. Bei Minecraft. Ach ja. Was ist das schön hier. Schöne Sache. Muss ich ja mal anmerken. Fertig. Hat am Ende deutlich länger gedauert, als ich wollte. Aber ist halt Minecraft. Wenn man irgendwelche Sachen baut. Die dauern immer länger, als man eigentlich wollte. Zumindest, wenn ich die baue. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir werden dann nicht mehr bauen. Auch kein Redstone machen. Vielleicht ein bisschen Kleinigkeiten noch da hinten hin. Hier ernten und sowas. Aber sonst würde ich sagen, gehen wir nochmal auf Tour. Auf Reise. Nochmal ein bisschen durch die Gegend. Ist ja jetzt schon lange, lange her, dass wir das das letzte Mal tatsächlich waren. So richtig. Halt, dass wir uns ein paar Wölfe schlagen können und sowas. Das wäre doch ganz super. Hier immer ein bisschen was Heimisches fürs Bett. Also fürs Draufsetzen und Drauflegen natürlich. Irgend so ein Tierchen. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Minecraft. Auf Wiedersehen. Vielen Dank und Tschüssi.